Unsere Vision, das ist der demokratische Sozialismus ohne Ausbeutung von Mensch und Natur. Gibt es einen Linksdruck in Deutschland oder weiterhin eine Stabilität in der Mitte? Janine Wissler gegen Paul Zimian. Die Parteivorsitzende der Linken und der Generalsekretär der CDU stellen sich den Fragen von Tatjana Ohm und Robin Alexander. Das Weltduell. Dienstag 15 Uhr auf Welt. Das Weltdell. Dienstag 15 Uhr auf Welt.